Das eigene Haus ist die Erfüllung eines Lebenstraumes. Alle Kraft, Energie und Anstrengungen sind nur auf dieses Ziel gerichtet. Die Baufirma Waha sorgt für die perfekte Umsetzung dieses Wunschtraums. Wir als Firma Waha aus Sankt Margareten im Burgenland sind seit 1956 in Sankt Margareten hier tätig als Baufirma in Massivbauweise. Wir errichten Ziegel-Massivhäuser in unserer nähen Umgebung. Unsere besondere Stärke ist, dass die Planung im Haus liegt. Ich entwerfe mit dem Kunden persönlich sein Wunschhaus, sein Traumhaus. Das heißt, unsere Mustermappe dient uns als Unterlage, um den Entwurf und die Kostenidee zusammenzuführen und optimal umzusetzen. Auch bei den Professionistenpartnern legt die Baufirma Waha höchsten Wert auf Erfüllung aller Qualitätskriterien. Eine weitere Stärke ist unser Team, unser Netzwerk. Wir arbeiten regional mit kleinen und mittelständischen Betrieben zusammen. Hier steht der Chef persönlich dahinter. Diese Firmen kennen wir seit Generationen, seit Jahrzehnten. Beginnt man Zimmerer, Spenker über die Fensterfirma bis zum Fließleger. Alles, was der Kunde braucht, decken wir in einem Haus ab. Die Baufirma Waha sorgt dafür, dass die Bauleute während der gesamten Bauphase immer bestens betreut und informiert sind. Mit der Waha-Bauzeitgarantie herrscht von vornherein Klarheit über die Dauer des Projekts, egal welche Fertigungsstufe gewählt wurde. Wir als Bauleiter der Firma Waha übernehmen die gesamte Baustellenkoordination. Das heißt, angefangen vom Organisieren von Baustrom, Bauwasser, die Baustellenabsicherung, über die Koordination der gesamten Gewerke, die für das Haus notwendig sind, bis zur Schlüsselübergabe, übernehmen wir alles. Der Bauer muss sich um nichts mehr kümmern, wir nehmen das alles ab. Von der jahrzehntelangen Erfahrung konnten schon zahlreiche zufriedene Kunden profitieren. Unsere Erfahrungen mit der Baufirma Waha sind sehr gut. Wir hatten eine sehr kurze Bauzeit, ca. 10 Monate mit Baubeginn Oktober 2014. Seit Juli 2015 sind wir im Haus, fühlen uns sehr wohl. Es hat bis jetzt alles zur Verfriedenheit funktioniert. Während der Bauphase hatten wir eine tolle Bauleitung, die für alle unsere Wünsche und Sorgen jederzeit ein offenes Ohr gehabt hat, sich dessen sofort angenommen hat. Und allein auch schon deswegen, aber auch aus anderen Gründen, können wir die Baufirma Waha auf jeden Fall zu 100% weiterempfehlen. Meine Erfahrungen mit der Firma Waha sind äußerst positiv. Es wurde von Anbeginn weg auf unsere Planungswünsche individuell eingegangen. Wir erhielten auch eine Kostenschätzung, die genauso wie der Bauzeitplan bis jetzt perfekt eingehalten wurde. Wir errichten hier ein energieautarkes Haus und da ist es mir ganz besonders wichtig, das perfekte Zusammenspiel der Firma Waha mit den verschiedenen Professionisten, wie der Photovoltaic-Firma, Elektriker und Installateur, was für ein energieautarkes Haus besonders wichtig ist. Die Baufirma Waha ist mehrfach ausgezeichnet und Träger namhafter Qualitätssiegel. Überzeugen Sie sich von unserer Waha-Qualität und kommen Sie natürlich gratis und unverbindlich zu einer Beratung vorbei. Wir freuen uns auf Sie! Alle weiteren Infos auf www.waha.at 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 www.waha.at